hallo und herzlich willkommen liebe freunde zurück bei star wars battlefront ja und ich freue mich riesig mit dabei ist wieder onkel gamershack ep in diesem fall heute ist er mein gegner denn wir werden uns über die schlacht gegen ein freien freund gegen ein freund oder die ich wollte gerade sagen freund und feind in einem wort ein freien da haben wir auch wieder ich muss dich ja eh einladen und daher schlacht wir fangen aber die schon von oben an schlacht okay schwierigkeit normal das wahnsinn was es hier gibt partner online versus yeah okay missionsauftrag besiegt gegnerische truppen und sammelt ihre token um die schlacht zu gewinnen lasst nicht zu dass der feind punktet indem er eure tokens sammelt wer als erste 100 punkte hat gewinnt ich will das auflesen das ist nee das ist scheiße dass ich das nicht lesen kann ich bin immer sofort im spiel drin ja aber ich muss selber besiegt gegnerische truppen und sammelt ihre stehe ich stehe jetzt gerade nochmal hier ja okay gegner töten und dann irgendwas einzeln was die fallen lassen das war's oder was genau und 100 stück sammeln hast du gewonnen habe ich dir doch vorgelesen manchmal ach ich dachte ich muss dich jagen ja wir sind im gegnerischen team klar ja aber ich dachte wenn ich dich töte kriege ich dann auch was zum fallen lassen zum aufsammeln ja sicherlich ich bin böse verbündete k soldaten ja klar blach so hier kann ich jetzt ach jetzt kann man ja so direkt aussuchen alle waffen ja was nehmen wir denn da gute frage herr general das sieht ganz gut aus oder sprung feuer bündeln sie sieht gut aus dann hände ich bin fertig bin jäger zerstörer sprung pack terminator keine ahnung körperschild ja kann man schon so machen acht gegen den die privaten mit zwischensequenz geil sehen wir uns was wir ausgerüstet haben schickimicki alter wow okay ich habe auch verbündete das ist schon mal sehr nett war geil ich liebe es auf so einen großen monitor und dann mir alles anzugucken und es ist einfach fährlich wir sind nicht viel wir sind nicht viele viele sind wir nicht viele leute das ist gut die rennen auch die ganze zeit mit rum ne also drei leute gegen drei so zu sagen drei versus drei zeit ist egal wer die ersten 100 hat darum geht es was muss erstmal hier drauf das ist natürlich jetzt auch so ein geben wo man jetzt natürlich nicht die ganze zeit redet ne das ist halt so schick doch mal durch mein schick geschossen das ist aber scheiße damit die so special scharfschützen knarre da ne rücke jetzt weiter vor ok also tokens sammeln das war jetzt nicht so toll das hat mir jetzt nicht so schön gefallen jetzt hier gerade ist ja klar hast du auch verloren genauso was mache ich nicht gerne also mir macht oh verdammte scheiße warum sind meine jungs eigentlich ich frage mich die ganze zeit wo die sind ich versuche immer nachzuleiten so ein quark so ein scheiße ich kann gar nicht aus meinem schutzfeld rausballern ich dachte da kann man raus du bist siegessicher da auf der felsen muss jetzt ganz schön siegessicher da oben wo sind meine jungs hat die kämpfen weiter oder was ich bin so allein gelassen ich bin so allein gelassen ich bin so allein gelassen ich will auch wissen was cool ist ich will auch wissen was cool ist das ist das schlimme ist ich muss immer dann dahin latschen das ist halt scheiße da wäre natürlich viel einfacher gewesen aber das war jetzt geil mein typ hat ein minigun benutzt und natürlich keine chancen so wo ist jetzt das ding da wo habt ihr es denn jetzt fallen lassen lösen die dinger sich eigentlich auf oh er steht wieder da oben der penner ja ja so man stirbt jetzt endlich da du drecksack ein sehr geiles game das macht schon echt spaß aber ich muss ein bisschen üben hier sonst kommst du ins schwanken alter die ganze ach scheiße die ganze elle bebt ja im wahnsinn oh fuck so das geilste ist halt daran ich kann schützschilder machen dann kann ich mir die punkte einsammeln und deine typen die können halt nix machen ne boah geh weg ja schönes ding jetzt geht es aber gerade ab hier ne nein boah alter jetzt macht er ja ganz schön auf ja ja so ein bisschen so ein bisschen muss ich auch mal zeigen dass ich was kann ey kann ja nicht immer verlieren so oh scheiße jetzt bist du ah ok du warst jetzt ober mir ok ich habe nämlich hinten einen gesehen ich dachte du wärst es ich heils voll drauf und drauf und dann rennt der und dann werde ich von mir oben abgemurkst ah herrlich oh alter schweder so eine kleine schlacht zwischen uns beiden ist schon geil macht mir spaß ja mir auch ich war jetzt gerade für euch liebe zuschauer weil ich muss mich ein bisschen konzentrieren hier ist natürlich jetzt nicht dass ich jetzt die ganze zeit so es ist auch nicht unbedingt immer ein muss dass man deine stimme Was? Meine Stimme ist die... Sonst sagst du immer, siehst du schön. Sag ich nicht. Sag nix, weil es ist. Ach komm. Dacht der nur. Dauernd. Oh, Entschuldigung. Jetzt hätte ich fast meine eigene Leute erschossen. Fuck, Mann. Oh, da hast du mich zerlegt, ey. Übelst. Okay, also hinter so einem dicken, fetten MG-Ding, da muss man echt aufpassen. Also, da ist nichts zu spaßen mit. Alter. Aber meine Jungs ärgern dich auch, ne? Ja, ich bin gerade etwas erschrocken. Die sammeln die Dinge aber nicht ein, ne? Das müssen nur wir machen, ne? Das müssen nur wir machen, ne? Ah, okay. Und dieses schöne Schnee, dieses schöne Schnee-Level noch. Mmh, gefällt mir auch sehr. Mmh, gefällt mir auch sehr. Ah, okay. Ich weiß, ich weiß, dass wo er ist. Ach, scheiße. Badabum. Hat meine Granate wenigstens auch Schaden gemacht? Nicht wirklich, ne? Aha. Die laufen dann auch wieder zurück zu euch. Meine Fähigkeiten sind armselig, hat er gerade gesagt. Ohohohohohohohohohoh. Komm, schnell, komm, schnell, komm. Ich habe da auch drauf geschossen, Mann. Drecks Ding. Ach, jetzt euer Spawnpunkt oder was? Hier oben drin? Schlag zurück. Okay, dann muss ich überhaupt schnell nichts raus, weil... so jetzt hast du mich gerade ordentlich geschockt muss ich sagen truppen schild ist scheiße okay ich habe hier auch andere spezios bei mir im team okay zwei punkte geborgen ich weiß nicht mal das sind so unterschiedliche kreisförmige solche von jedem was dabei war das spiel ist geil echt wirklich also da haben die sich ordentlich was einfallen lassen ich muss sagen jetzt kannst du hier eins gegen eins machen und das ist trotzdem spannend weil ja noch cbus dabei sind ja du kannst du richtig die nerven noch ein bisschen und helfen noch ein bisschen so unterschiedlich halt jetzt muss ich mal ganz schnell da weg zwei scheiße noch erwischte so ein dreck scheiß und den soldaten werden noch stärker ja die kriegen bessere waffen ne auch schon aufgefallen voll die killer rüstung haben die an okay ich hab gleich wieder aufgeholt ich hab gleich wieder aufgeholt ich habe aufgeholt sehr geil lalalalala aber nur kurz mein freund ja komm du sack komm na du dreck sauf oh 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 die müssen mal nachher mit so kampfrobotern ankommen das wäre richtig geil komm heil mich heil mich boah das dauert ja ewig aber das war jetzt geil meine granaten ey die haben dich richtig zerlegt mich? ja und deine Pumpels schönster platz sind sie so jetzt muss ich den Onkel gerade mal ein bisschen nerven fuck boah der detonator der hat ja alles weggeräumt von euch das war ja richtig geil herrlich ja liebe leute das macht ja richtig spaß also dass das äh auch das mit den wie die das gemacht haben mit den punkten und so ah ok ich zieh von ach so dein partner hat mich vernichtet mit der panzerfaust der netter partner hast du da ach jetzt habe ich auf meinen eigenen geworfen ups wow also eins muss ich deiner waffe ja sagen ey die macht ja schon ordentlich schaden ey nein oh fuck ist aber ein knapper kampf 61 zu 60 also naja ist es auf jeden fall äh echt krass komm 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 oh ich werde dir die ganze zeit beschossen ey deine typen ey die rasten ja voll aus jetzt hier dann müssen sie doch auch naja die sind nicht schlecht ey boah gehst du mir jetzt auf den sack hier ehrlich ey alle auf mich hier ist der wahnsinn ey alle drei habe ich von dir gerade ausgerottet und der Onkel schleicht immer noch hier rum die schlacht ist fast verloren beeindruckende leistung soldat ja das höre ich doch gern so jetzt muss ich da oben mal hinballern ja erwischt ey förmlich der ist förmlich ach scheiße haut den weg haut den weg haut den weg haut den weg zack und zack haut den weg der hat nix drauf haut den weg ja hat man gesehen dass nix drauf hab he 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 alle weg von dir he 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 ja so eine schöne übung naja das ist eine wirklich schöne übung ich würde wirklich in den multiplayer kampf gehen also in den richtigen multiplayer kampf ja hat auf jeden fall äh sinn und verstand das teil hier okay ach kacke ey hast du sie die ganze zeit hat es geklappt mit den schildsätzen ja und jetzt kommst du und dann klappt es nicht ist klar ach ich hab's nicht geschafft naja wie soll man mit dem körperpanzer rumlaufen deine typen was bist du das war's ja gar nicht nur du verdammt 88 zu 84 ist so knapp alter das ist so knapp naja das wird echt mega also das ist nicht so dass einer abhebt hier aber das haben die schon gut gemacht hier meine granate hatte ich glaube ich erwischt ne auch auch zwischen den anderen 20.000 lasern wo sind die tricks penner wo seid wo ist wo sind die kampfschuss so hier waren nur du dricksau schönes ding schön gemacht wirklich schön das war echt geil jetzt richtig schön reingemesselt boah schon ja das passt fast ein ding ganz ganz ein paar der dauert ja nicht mehr so lang das ist echt cool das hat was ja komm bleib schneller die dinger lösen sich auf ne das ist echt kacke also ich dachte nämlich gerade dass dass die dinger sich nicht so auflösen komm schon schönes ding 91 zu 92 zu 96 oh was ist los und ende und ende ich bin einfach unzerstörbar geil ne echt war echt schön ne aber guck mal 100 punkte habe ich da gibt es im vergleich ähm spieler besiegt du hast mich neun marketiert ich hab dich sieben marketiert okay besiegte gegner 42 kopfschüsse fünf du hast alt gut du machst nochmal schön auf kopf ja mit deinem scharschützengewehr ne ne ich hab kein scharschützengewehr verwendet leben haben wir beide zählen okay gesamtzeit besiegte gegner 47 du hast 42 besieg naja ja ich hab viel granaten gebraucht du hast ja eben das flächendeckende ding und ich hab auch keine granate gehabt war echt ein super geiles game ich würde sagen wir bleiben in diesem menü wenn wir beenden oder richtig und nachher machen wir das nächste mission ja gehen wir direkt weiter also nächsten part ja du bist dran ja wir gehen alles durch ja liebe leute ich hoffe es hat euch wieder richtig spaß gemacht hier wir machen jetzt erstmal die schlacht durch wir gehen alles durch und wenn wir alles mal angezockt haben dann gucken wir immer was wir mal machen und dann können wir natürlich auch auf wünsche eingehen dass man mal sagt und vielleicht ist es sogar mal hab ich den onkel noch gar nicht gesagt aber wenn ich ihn mal wieder besuche oder so das wäre vielleicht auch ein livestream wert oder ja es geht aus blitzkriegen hä geht aus blitzkriegen ja äh ja wenn das geht müsste mal probieren also blitzkriegen gibt es das weiß ich aber wenn man dann online das weiß ich nicht aber wir können uns zumindest gegenseitig fetzen aber blitzkriegen geht ja ansonsten lasst doch bitte einen Daumen oben da bei beiden kanälen gamershack lp und natürlich bei mir revano lp und dann sehen wir uns nächstes mal wieder wenn es dann heißt star wars die dunkle macht ist stark in euch bis dann ciao 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 ciao